Ich glaube, was gegenwärtig ein Problem ist, dass insbesondere bei vielen dieser migrantischen Jugendlichen die Solidarität nicht in erster Linie dem Staat gilt, sondern der Großfamilie. Und das ist etwas, was eben insbesondere in orientalischen Gesellschaften ganz normal ist. Und das ist eben das Problem, dass viele Familien, die zum Beispiel aus dem Orient zu uns gekommen sind, das noch nicht voll verinnerlicht haben, sodass hier eben andere Maßstäbe gelten. Dann kann man sagen, ihr müsst das lernen. Man kann aber auch fragen, wir als Mehrheitsgesellschaft haben vielleicht einfach nicht gut genug gearbeitet und nicht genug getan, um ihnen das zu vermitteln.